moin moin heute willkommen bei einem neuen video heute spielen wir bahnübergangssimulator das funktioniert so es gibt es von mehreren länder bahnübergänge als beispiel indonesien ja hier so much okay so funktioniert ja es kann etwas kompliziert sein das spiel das nächste war es ist viel zu laut das leise leise und die king england und ihr bahnübergang stings darauf ist das england nicht so kompliziert oder ist noch so ein teil der bahnübergänge hier ja ich weiß nicht es kann sein das ist sogar zwei teile vierteile schon mehrere hier sind glaube ich seit 35 und dort und bis man von jedem das zeit kann was dauern hier sieht man hier drückt das ist von den anderen was gibt es hier so war es nie aus wenn wir uns das anschauen bis da der zukunft kann es noch ein paar jahrtausend war dauern du sieg mensch wie es in england aussieht und die ist an der zug auf die schiene und los 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 also kommt der zukehrecht wir waren übergang bitte nicht beachten der ist hier noch nicht ich weiß dass es gar nicht das schlauste war was die karte gemacht haben ich gehe es runter das muss in den es war ich nicht wie deutschland ist links nach der nahrung und gehe schon hier dass man ist es nicht durchfährt aber falls man hier bleibt kann hat man noch etwas zeit durch zu kommen und nicht um nicht so nehmen das ist nicht erlaubt ja und dann kommt der zug und da geht es am ende hoch leicht zu erklären was kauf ich jetzt fahren wir zu den anderen türen dinge das sage ich von den anderen an direkt auch und dann zurück wenn hier alles funktioniert ich weiß dass da keine autos hingehör dass das fußgängerübergänge gezählt werden ja ich sehe nicht an hier jetzt rumzulaufen nur um bahnübergänge anzuschauen hier was sind diese box dinge ja oben ist das hier überhaupt recht licht ist das ist kompliziert das macht irgendwie gar keinen sinn also kommt er zu kochen okay wir haben hier auch Ich weiß da nicht, ob der Zug kommt, ich könnte... Ist der andere Seite das Gleiche? Ah... Ja, aber jetzt kommt doch das... Ich weiß nicht. Ja, film ich auch jetzt nicht, wie Sau sie... Ich hab schon ein anderes Foto gehabt, ich grad bemerkt. Ich spiele schon in das Thema Lautstärke Laut. Das kann ich nicht... Das kann ich nicht... Ich spiele schon in das Thema Lautstärke Laut. Die Folge, wie ich jetzt hier durchkomme. Sonst muss ich nicht fließt Bahnen. Oh, durchkommen geht auch nicht, wie es aussieht. Egal. Das ist hier einfach eine Bahnübergang. Ganz normaler. Und das ist hier eine Ziele entkennen. Ich muss das hoffentlich beteiligen. Egal, weiß ich... Oh, das geht schnell. Ich zeig mal hier die Mr. Box. Ich zeig mal hier die Mr. Box. Und das ist jetzt... Und... Das ist jetzt so... oder ich versuche halt mit dieser hälfte zu machen aber das problem hat das hat mit den bugs mit den autos länger gedauert als ich wollte achte welche ja leute ja vergiss nicht zu abonnieren und daumen hoch zu lassen um noch mehr tolle videos und wenn einer von euch gut video schneiden hat kann oder mitte ließ ich habe es wird bei mir ist würde dann gekommen sein nicht der ernst sie was habe ich dafür zeit mich um zu hängen haben wir uns aufmachen ich kenne es oft immer da kein zugesaußen kommt es viele ich glaube das habe ich schon gesehen Aber wenn nicht, wo ist diese Einschaltbox hier? Ich warte jetzt nicht auf diesen 1000 Jahre Zug, bis der kommt. Ich zeig euch einfach schnell da. So sieht's aus. Irgendwo von Amerika mäßig. So wenn das halt nicht so ist, geht's so. Das nächste, Thailand, ich kann's nicht lesen. Ich sehe das hier eigentlich, ich glaube, läuft. Das ist mit der Amtsliste gar nicht so schlecht. Das ist nicht zu überpressen. Und hier geht's weiter. Und das ist hier das letzte Land. Ja, Pazale. Ähm... Und Leute, es wird dann Teil 2 sein. Und ich kann's nicht hinbekommen. Ja. Hier seht ihr diesen Teil. Ach, nervt. Das Ding nervt wirklich. Ja, Leute, das soll viel hast mit dem Bahnübergangsvideo. Es wird ein Teil 2 kommen. Weil so viel kann man jetzt auch nicht zeigen. Und noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Und jetzt? Ja. Vielen Dank.